Die Fesseln des Glaubens von Anthony Reynolds Frostschwester Thorva zog an den Zügeln und brachte ihren massigen Drühwasg neben Nabenmutter Vrina von der Winterklaue zum Stehen. Das zottelige Tier schnaubte wie aus Protest und stieß eine heiße Atemwolke aus. Ruhig, Eishauer, beruhigte Thorva das Tier. Die knöchernen Talismane und Totems, die sie um ihr Handgelenk gewickelt hatte, rasselten, als sie ihr übellauniges Reittier tätschelte. Obwohl ein eiskalter Wind über die Einöde fegte, trug Thorva als einzige des Plündertrupps weder schwere Pelze noch Leder. Ihre Arme, mit geschwungenen indigoblauen Tätowierungen bedeckt, waren den Elementen schutzlos ausgeliefert. Thorva bereitete das jedoch kein Unbehagen, da ihr die Kälte schon lange Zeit nichts mehr ausmachte. Nabenmutter Vrina, ihrerseits eine imposante Gestalt, saß rittlings auf einem anderen Drühwasgkeiler. Das riesige Tier war mit seinen Stoßzähnen noch größer als Thorvas Reittier. Es knurrte, stampfte mit einem riesigen gespaltenen Huf auf und beäugte Thorva feindselig. Ein heftiger Tritt von Vrina ließ es verstummen. Die Nabenmutter war eine gnadenlose Veteranin, die schon viele blutige Siegeerrungen hatte, doch Thorva ließ sich davon nicht zu sehr einschüchtern. Sie war in Freljord zwar nicht so bekannt wie die Nabenmutter, jedoch war sie eine Schamanka, eine, die vom Willen der Götter träumt. Selbst die mächtigsten Matriarchinnen in Freljord taten gut daran, die alten Götter zu respektieren. Die übrigen Mitglieder des Plündertrupps der Winterklaue hatten angehalten und warteten auf die Nabenmutter und die Schamanka. Sie waren den Großteil des Tages überzügig vorangekommen und auf ihrer Reise nach Osten tief in das Gebiet der Avarosa vorgedrungen. Dies war seit Stunden ihr erster Halt und sie nutzten die Gelegenheit, um abzusitzen, ihre Rücken durchzustrecken und die tauben Beine auszuschütteln. Der Wind wurde stärker, und Bleas Thor war Schnee und Eis um die Ohren. Ein Sturm zieht auf, bemerkte sie. Vrinner antwortete nicht und starrte weiter nach Süden. Ihr Gesicht war durch Furcht von alten Narben, das rechte Auge war milchig und blind und in ihrem dunklen Haar zeichnete sich eine weiße Strähne ab. Was auch immer ihr diese Wunden zugefügt hatte, hatte deutliche Spuren hinterlassen. Bei den Winterklauen konnte man sich solcher Narben rühmen, sie waren das Zeichen einer Überlebenden. Siehst du etwas? fragte Thor war. Vrinner nickte und starrte weiter in die Ferne. Thor war kniff die Augen zusammen, konnte bei der schlechten Witterung jedoch nichts erkennen. Ich sehe nichts. Sogar mit deinen zwei guten Augen bist du blinder als ich, Mädchen, blaffte Vrinner zurück. Frost bildete sich auf Thor was Knöcheln, als sie ihre Fäuste ballte und ihre Iriden wurden eisblau. Nichtsdestotrotz zügelte sie ihre Wut und zwang sich, tief durchzuatmen. Es war klar, dass Narbenmutter Vrinner, wie auch der Rest der Winterklaue, kaum Zeit für sie und ihren Glauben hatte. Es war der Sache wahrscheinlich auch nicht zuträglich gewesen, dass Thor war sich dem Plündertrupp ohne Einladung angeschlossen hatte. Vrinner befürchtete zweifellos, dass die Schamanka die abergläubischen Krieger unter ihnen ablenken und so die Aufgabe des Trupps sowie ihre Autorität untergraben würde. Tatsächlich hatte ein vager, doch unwiderstehlicher Instinkttor war dazu bewegt, sich dem Trupp anzuschließen. Sie hatte vor langer Zeit gelernt, auf solche Impulse zu hören und sich über den Protest der Narbenmutter hinweggesetzt. Die Götter wollten sie dabei haben, auch wenn sie nicht wusste, zu welchem Zweck. »Dort, eine Meile gen Süden«, sagte Vrinner mit ausgestrecktem Zeigefinger. »In der Nähe dieser Felsennase. Siehst du?« Thor war nickte schließlich. Eine einsame Gestalt war gerade so zu erkennen, kaum ein Schatten im Schnee. Es war ihr unbegreiflich, wie Vrinner sie überhaupt entdeckt hatte. Thor war runzelte die Stirn, als ihr Nacken zu kribbeln begann. Wer auch immer das war, etwas an dieser Gestalt war seltsam. Der Wind blies heftiger und versperrte erneut die Sicht, doch Thor was Unbehagen blieb bestehen. »Ein Späher der Avarosa?« »Nein«, entgegnete Vrinner und schüttelte den Kopf. »Der oder die Unbekannte stapft geradewegs durch eine wachsende Schneewehr. In Freljord würde nicht einmal ein Kind so einen Fehler begehen.« »Also ein Fremdling. Aber so weit im Norden?« Nabenmutter Vrinner zuckte mit den Schultern. »Die Avarosa haben den alten Bräuchen gebrochen. Sie handeln mit den Südländern, anstatt sich einfach zu nehmen, was sie brauchen. Vielleicht hat sich einer dieser Händler verlaufen.« Vrinner spuckte herablassend aus und zehrte den Drüversk herum, um ihren Weg fortzusetzen. Die anderen Krieger taten es ihr gleich und drehten die schweren, mit Stoßzähnen bewährten Köpfe ihrer eigenen Reittiere wieder in Richtung der Kammlinie nach Osten. Nur Thorvar rührte sich nicht und starrte angestrengt in den Sturm. »Vielleicht hat der Fremdling uns gesehen. Wenn er das weitererzählt, werden die Avarosa auf uns vorbereitet sein.« »Dieser närrische Fremdling wird niemandem irgendetwas erzählen, außer vielleicht den Göttern, die sie jenseits der Berge anbeten,« stellte Vrinner klar. »Der Sturm wird immer stärker. Bei Anbruch der Nacht ist er tot. Komm, wir haben lange genug angehalten.« Doch etwas ließ Thorvar keine Ruhe. Sie verharrte am Rande der Kammlinie und blickte in die Richtung des einsamen Fremdlings, obwohl sie höchstens noch ein Dutzend Schritt weit sehen konnte. War sie deshalb hergeführt worden? »Mädchen!« rief Vrinner gereizt. »Kommst du?« Thorvar blickte zu Vrinner und dann wieder nach Süden. »Nein!« Sie gab ihrem Drüvaskeiler einen Tritt in die Flanke und dirigierte ihn die Seite der Kammlinie hinunter. Sie erlaubte sich ein zufriedenes Lächeln, als sie Vrinner hinter sich fluchen hörte. »Wir folgen ihr, oder?« Diese Frage kam von Brockwar Eisenfaust, dem gedrungenen Eisgeborenen Krieger, der seit fast einem Jahrzehnt ihr Champion und gelegentlich auch ihr Liebhaber war. »Die Götter werden unseren Stamm in den Ruin treiben, wenn ihr etwas zustößt,« fügte Brockwar hinzu. Wenn Vrinner nur einen Krieger aus ganz Freljord an ihrer Seite haben könnte, würde sie sich für Brockwar entscheiden. Er überragte den nächstgrößeren Krieger, der unter ihrem Befehl stand, um einen Kopf, war stark genug, um einen Drüvaske zu stemmen, und absolut verlässlich. Er lebte, um zu kämpfen, und darin war er außergewöhnlich gut. Außerdem trug er das Breitschwert Winterklage bei sich. Die Klinge hatte unter den Winterklauen einen legendären Ruf und wurde seit Jahrhunderten von einem Eisgeborenen zum nächsten weitergegeben. Ein Splitter Wareneises war in Winterklages Heft eingelassen und knisternder Raureif bedeckte seine Schneide. Nur Eisgeborene konnten das Schwert führen, alle anderen, selbst Vrinner, konnten es nur unter großen Schmerzen berühren oder bezahlten dafür sogar mit dem Tod. Sein einziger Makel war sein Aberglaube. Er sah in allem Omen und Vorzeichen, von den Flugformationen der Raben bis hin zu Blutspritzern im Schnee und sehr zu Vrinners Missfallen betete er den Boden unter der selbstgerechten Schamanka über alle Maßen an. Und was noch schlimmer war, seine offene Verehrung hatte anscheinend auch auf ihre anderen Krieger abgefärbt. Viele von ihnen nickten zustimmend und murmelten leise vor sich hin. Obwohl sie es besser wusste, gab Vrinner ein Zeichen und der Plündertrupp machte kehrt, um der Frostschwester zu folgen. Nabenmutter Vrinner hatte mit einer Sache recht behalten. Wer auch immer der einsame Fremdling war, erkannte sich in Freljord noch weniger aus als ein Kind. Er kämpfte sich immer angestrengter durch den tiefen Schnee und Thorwar erkannte, dass er innerhalb einer Stunde tot sein würde, sollte sie sich jetzt von ihm abwenden. Tatsächlich war es ein kleines Wunder, dass er es überhaupt so weit geschafft hatte. Er war auf die harsche Tundra kein bisschen vorbereitet und zur sicheren Fortbewegung fehlte ihm selbst grundlegendes Verständnis. Als sie näher kam, stolperte der Fremdling. Der bitterkalte Wind, der über die Einöde fegte, machte ihr jedoch rein gar nichts aus. Immer wieder versuchte der Fremdling vergeblich, auf die Beine zu kommen, doch es war offensichtlich, dass er am Ende seiner Kräfte war. Der Fremdling schien Thorwar nicht zu bemerken. Sie näherte sich außerhalb seines Sichtfeldes, von der Flanke her und etwas hinter ihm, er drehte sich jedoch kein einziges Mal um. Thorwar sah sich prüfend um. Wenn Reifzähne oder andere Untiere den Fremden verfolgten, würden sie sich jetzt auf ihn stürzen. Da sie nichts sah, ging sie weiter. Sie war jetzt nah genug, um den Fremdling genauer mustern zu können. Er war in Leder und Pelze gekleidet, trug sie jedoch nicht auf die für Freljord übliche Art. Er hatte weder Speer noch Axt, Schwert oder Bogen bei sich. Was für ein Narr! Thorwar schüttelte den Kopf. Sobald ein Stammesmitglied der Winterklaue laufen konnte, trug es stets eine Klinge bei sich. Selbst sie, die andere Waffen Arcana Natur zur Verfügung hatte, führte immer drei Klingen mit sich. Und was noch seltsamer war, der Fremdling schleifte zwei Ketten hinter sich her, die mit seltsam aussehenden riesigen Handschellen an seinen Handgelenken befestigt waren. Es war mittlerweile viel zu spät, doch Silas aus Gelichtergraben erkannte, dass er Freljords überwältigende Feindseligkeit gründlich unterschätzt hatte. Er wusste zwar, dass es hier im Norden große magische Kräfte gab, und er konnte sie auch bis in seine Knochen spüren, und doch schien es, als wäre es ein Fehler gewesen, herzukommen. Ein Dutzend ausgewählter Magier waren mit ihm in den frostigen Norden aufgebrochen, und alle waren sie nacheinander gefallen. Schneestürme, verborgene Schluchten und wilde Tiere hatten ihren Tribut gefordert. Er hatte angenommen, dass die größte Bedrohung in Freljord von den Barbaren ausging, doch auf seiner wochenlangen Reise hatte er noch keine einzige Menschenseele zu Gesicht bekommen. Es war ihm unbegreiflich, wie überhaupt jemand hier draußen überleben konnte. Er hatte geglaubt, sie wären gut vorbereitet gewesen. Sie hatten sich in Pelze und Wolle gekleidet und die schweren, zotteligen Ochsen mit Nahrung, Feuerholz, Waffen und Münzen zum Handeln beladen. Die Münzen stammten aus den Tresoren und Truhen der Steuereintreiber und Adeligen seines Heimatlandes Demacia. Doch nicht einmal die Ochsen hatten bis hierher überlebt, und nun war Silas auf sich allein gestellt. Reine Willenskraft und das brennende Verlangen, die Monarchie und den Adel von Demacia fallen zu sehen, trieben ihn vorwärts. Er hatte innerhalb der Grenzen Demacias bereits einen beträchtlichen Widerstand entfacht. Die Feuer der Rebellion waren entzündet worden, doch er hatte erkennen müssen, dass er mehr Brennstoff brauchte, um die Flammen zu nähren. In seiner Zelle in Demacia hatte er jedes Buch, jede Chronik und jeden Folianten verschlungen, den er in die Hände bekommen hatte. In mehreren davon war von großer, schrecklicher Zauberei und uralter Magie weit oben im Norden die Rede gewesen. Das war die Macht, die er benötigte. Selbst jetzt, im Angesicht des Todes, glaubte er, dass die Macht, nach der er strebte, zum Greifen nahe war. Nichtsdestotrotz war auch seine Sturheit nicht genug, um die gnadenlose Kälte zu bezwingen. Seine Hände und Zehen färbten sich bereits schwarz und waren schon lange taub geworden. Eine schwere Lethargie hing an ihm wie ein Gewicht und zerrte ihn zu Boden. Er dachte, er hätte einen Reiterzug auf einer entfernten Kammlinie gesehen. Vielleicht war das aber auch nur eine fiebrige Wahnvorstellung gewesen, die die Erschöpfung und die eiskalten Temperaturen herbeigeführt hatten. Wenn er anhielt, würde er sterben, so viel wusste er. Er musste diese Macht im Norden finden, oder er sollte verdammt sein. Und so schleppte er sich vorwärts, einen Schritt nach dem anderen. Er schaffte jedoch nur noch ein Dutzend weitere Schritte, bevor er mit dem Gesicht voran in den Schnee kippte und regungslos liegen blieb. Torva schüttelte den Kopf, als sie den Fremdling fallen sah, und trieb Eishauer vorwärts. Diesmal machte der Mann keine Anstalten, sich wieder aufzurappeln. Vielleicht war er gestorben, vielleicht hatten die unbarmherzigen Elemente, die sie selbst nicht mehr spürte, ihn endlich für sich beansprucht. Sobald sie in seiner Nähe war, rutschte Torva aus dem Sattel und versank fast bis zu den Knien im Schnee. Argwöhnisch ging sie auf den Mann zu, der mit dem Gesicht nach unten im Schnee lag. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Erneut sah sie sich neugierig seine Fesseln an. Wenn er ein entflohener Gefangener war, woher war er dann entkommen? Die Winterklauen nahmen keine Gefangenen, machten besiegte Feinde aber manchmal zu Leibeigenen. Wer jedoch nicht gezähmt oder gefügig gemacht werden konnte, war nur ein weiterer Magen, den es zu füllen galt. Nicht einmal die Avarosa würden jemanden in solche Ketten legen. Könnte er aus den südlichen Landen jenseits der entfernten Berge stammen? Sie packte ihren Stab mit beiden Händen und stupste ihn an. Da er sich nicht rührte, rammte Torva das Ende ihres Stabes in den Schnee unter dem Fremden und versuchte, ihn so umzudrehen. Das war ein schwieriges Unterfangen, da die riesigen Handschellen des Mannes seine Unterarme fast vollständig bedeckten und unglaublich schwer waren. Sie ächzte vor Anstrengung und schaffte es endlich, ihn umzudrehen. Er wackelte leblos hin und her und seine Pelzkapuze fiel nach hinten. Seine Augen waren geschlossen und eingesunken, seine Lippen blau angelaufen. Auf seinen Augenbrauen, Wimpern und den unrasierten Wangen hatte sich Frost gebildet und sein schwarzes Haar, das er zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hatte, war ebenfalls vereist. Torvas Blick fiel auf die Schellen um seine Handgelenke. Die Frostschwester war schon viel herumgekommen, die Pflichten ihres Glaubens hatten sie über die Jahre hinweg zu vielen verschiedenen Stämmen geführt, doch diese Fesseln aus einem unbekannten bleichen Stein hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie waren zutiefst beunruhigend. Ihr lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie die Ketten nur ansah. Sie sollten eindeutig niemals wieder abgenommen werden können. Was hatte dieser Fremde verbrochen, dass er solche Vorrichtungen um die Handgelenke tragen musste? Es musste ein schreckliches Verbrechen gewesen sein, entschied sie für sich. Torva kniete nun neben ihm und versuchte zu ergründen, warum sie hergeführt worden war. Die Götter hatten sie eindeutig hergebracht, wie sie es bereits früher getan hatten, doch warum? Der Mann war immer noch bewusstlos, wenn nicht gar tot. War es ihre Aufgabe, ihn zu retten? Oder trug er etwas Wichtiges bei sich? Torvas Blick fiel zum wiederholten Male auf die Fesseln des Fremdlings. Sie traf eine Entscheidung und streckte die Hand nach ihnen aus. Noch bevor sie den bleichen Stein berührt hatte, begannen ihre Fingerspitzen zu kribbeln. Der Mann schlug plötzlich die Augen auf. Torva wich erschrocken zurück, doch sie war zu langsam. Der Mann zehrte einen seiner Handschuhe ab und packte sie am Arm. Torva wollte ihre gottgegebenen Kräfte zu Hilfe rufen, doch sie wurden ihr entrissen und gewaltsam aus ihrem Innersten entzogen. Eine plötzliche Kälte setzte ihren Körper außer Gefecht. So war es ihr schon sehr lange nicht mehr ergangen. Sie fiel zu Boden, konnte nicht mehr atmen, konnte sich nicht bewegen, konnte sich nicht mehr rühren. Während die Kälte sie umschloss, nahm sie schemenhaft wahr, wie das Gesicht des Fremden wieder Farbe bekam. Er schien plötzlich von einem Feuer gewärmt zu werden. Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen. Danke, sagte er. Dann ließ er sie los und Torva fiel in den Schnee. Sie schnappte nach Luft und fühlte sich leer und ausgelaugt.